hallo und herzlich willkommen zu einem neuen let's play minecraft ja ich bin heute minecraft weil mir gerade nichts anderes eingefallen ist was auf die schnelle aufnehmen kann ja auch weil ich mit anderen sachen gerade probleme hatte so machen wir das lassen wir so vollbild modus vollbild modus geht gerade nicht weil ich weiß ich hab das aufnahme programm dann wieder mit macht also einfach nicht ganz so dass sie unten achten ja ich bin seit ich hab's gemacht in den wirtschaften waren es gefällt mir ist bestimmte also das können das ist für mich ganz gut gemacht ja auf die Idee muss man erst mal kommt schätzt und steht laufen so pass auf jetzt jump in one rückwärts so dann wollen wir mal loslegen Blatt ja die Insel kenn ich glaube ich ja ja doch sagt man was doch kommt mit mir auf Brunze ja die auch haben ja so so vielleicht jetzt hier mal so ach weißt was es ist unnötig jetzt das zu machen hehehe hups ich glaube der ist schneller als ich 4 fett ach ha ha ja sehr fett hat so so was ist aus ich wette hier kommt eh gleich wieder einer von dem gegen rüchtschiemann und versucht sie zu regeln wie man so schön sagt wie man so schön sagt ne die hier das ist das ist ja das ist das ist Oha 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 Oh! Sie haben ihn weggekriegt! Boah! Stark hier! Ja, hätte ich... Ne, wirklich nicht! Hätte ich jetzt wirklich nicht mit gerechnet, ne? So... Was sind das denn jetzt für Flachzangen? Oh, meine Frisse! Ne, 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 ne! Geht doch! Geht da, Alter! Ach, ne, da kommst du nicht runter! Ach man, jetzt baut der mir hier alles zu, oder was? Hehehe, da ist es schließgelaufen! Badabam! Ach so, es kann sein, dass die Musik vielleicht vielleicht ein bisschen zu laut ist, ne? Ne, muss ich gleich mal gucken! Ha, jetzt habe ich ein 1er-Schwert! Ha, jetzt könnt ihr nicht mal! Ach nein, das ist doch der Flachwichse von gerade eben, ne? Ne, also, ne, 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 die mag ich gar nicht! Ne, oh, kack, da kommt der schon! Hehehe! Ha! Oh, scheiße, das ist gestorben! Da kommt der gleich wieder hoch! So, ey! Ein Job für den Knüppel! Achtung, Achtung, Achtung! Das war dumm von dir. Kacke! Nein! Jetzt ist er weggesprungen. Ja gut, ne? Das Problem ist, dass er immer noch nicht weg ist. Alter, ist das Scheiße hier mit dem System. So jetzt. Ist der Blau noch da? Buh! Kacke, Alter! So, die Frage ist, war das jetzt bloß zur Ablenkung? Boah! Kacke. Jetzt etwa weg. Oder auch nicht. Also blau, die Träne gerade echt am Rad, ne? Dann müssen wir uns mal um die kümmern. Na, jetzt aber! So, wo ist die? Ah, ja, grün, ne? Ne, den schnapp ich mir jetzt einfach bloß. Nicht irgendwie aus Pfann oder so? Pfamm! Hehehe, das war mies. Das war blöde! Ganz, ganz blöd war das. Mann, ey. Shit, ich kann mich auch nicht mehr schnell genug an irgendwas anderes an. Ey, denkt der, ich seh den nicht? Der ist doch dumm. Ach, jetzt hol ich mir doch ein Schwert. Okay. Das ist ein Job für den Jaten. Hehehe. Auch nicht. So. Ja, ich brauche auch noch Bronze. Bronze! So, und, äh. Und. Das. So, mal ein bisschen Ordnung hier reinbringen. So. So. Blau und Gelb ist noch drin. So. Wir haben die meisten Spieler, also haben wir eine bessere Chance. Das ist doch... Ciao, ciao. Nein! Ich glaub's nicht. Nein! Nein! Das ist ja blöd gelaufen. Also ganz ehrlich, Schürz hier, ey. So. Also jetzt... Ich werde es drehen. So. Also. Das. Ich gehe jetzt mal ein... halt da ich bin in die und die können nicht nur wir sind die sich jetzt schon ein kleines bisschen auch schreckt kann vor dem licht ist eigentlich schon die referen aber da kommt er so bisschen fassen so ich versuche jetzt einfach mal auszulöschen was gab es denn ich habe zeit kacke falsche waffe falsche waffe ich glaube ich kriege es nicht mehr hin ich bin ich bin ich bin ich bin hab ich aber nicht aber nicht hier geht es lang hier geht es lang ha 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 nein Mann, was ist denn das für Nee, ist gemein Der sieht alles an den Mitspielern hier Ah, jetzt schnappt er mir auch noch das ganze Eisen weg, ey Nee, unmöglich hier So So Also echt Nee, nervt mich einfach bloß Hä, wo Wieso ist hier kein Gold? Ah Das muss ich mir jetzt nämlich auch machen So Jetzt kann Rot mal ein bisschen einstecken hier Komm schon Knapp ist es ja, ne? Ja Ja Ach komm Warte mal, nee, das braucht ich eigentlich gar nicht Fall fast denn Na, wer von uns beiden kann besser schießen, ne? Ja Tja Tja Ist schön, sind dauerbeschuss Unterdauerbeschuss, sorry So Gucken wir mal, was bei Eisen so los ist Sieben Sieben Pfff Hier war doch gleich mal die 8 mit Da ist blau Hm Hm Hier sieht's ja auch kacki Hier sieht's ja auch kacki Na, da soll man noch nicht herkommen Oh kacke Und ich sollte vielleicht nicht so blöd einmal rundrum stehen So Jetzt holen wir uns erstmal den blauen da Erstmal Bisschen Essen fassen Dann Ja, ich kann mir mal ruhig noch beschweren können So Ah, alter Das kann doch jetzt nicht dein Ernst sein Nein Ich komm nicht ran Ich hoffe jetzt einfach mal, dass der Ja, fertig Aber ich wollte dich eigentlich machen So So Okay, der ist da Ich bin jetzt mal die Verstärkung Kacke Hä? Hm Was macht blau eigentlich nicht so lange? Was macht blau eigentlich nicht so lange? Ach, sind die Ich bin jählen Ich bin jetzt Ich bin jetzt Ach, lau sorscht Schild So Ich bin jetzt Ich bin jetzt Oh, kacke. Ja. Das ist gut gelaufen. So. Hier ist nur ein Dreischwert drin, leider. Ach komm, ich muss nichts weiter tun, als den Typen da zu töten. Das wird doch wohl nicht so schwer sein. Ach, wir sind bloß noch zu dritt. Der Typenbogen. Der Typenbogen, oder? Der hat er nicht. Der für den Potion. Der Typenbogen. Eine kleine Runde schaffen wir auch noch. war jetzt schon relativ lange eigentlich steig hier mal noch mit ein rot, blau da darf ich ja in meinem Lieblings-Team sein okay, so falsch war es eigentlich gar nicht ich bin ja eigentlich lieber rot als blau oh, Premium-Lobby, äh, der blöd Mann obwohl, ne, das ist, das ist wieder blöd das finde ich ganz angenehm ja, ich nehme Grün obwohl, schwarz finde ich auch geil ich bin im schwarz so, warte mal wenn wir schon mal die Chance dazu haben so mhm, kacke gelaufen du, ich hab kein Mann, das ist eine Kunst für sich so, Ragnar äh, diese sieht eigentlich ganz schmackhaft aus also, ja, mir gefällt das ach, da fällt mir ein ich hab ja auch einen Bad Horse mit momentan anbauen äh, die soll ich vielleicht mal weiterbauen so knüppel in der Hand und das hier mal ein paar Glöckchens ähm ja, ich mach mich erst mal zum Silber so so das passt fürs erste erstmal ja, ich mach mich erst mal zum Silber so so obwohl, warte mal, ne, das muss ich nicht machen ich muss mich erst mal weiter ausrüsten oh da wird jetzt gefaltet gleich oh, und da kommt wieder mal äh, warte mal, welches Team ist das denn? äh, 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 grün, ja grün greift wieder mal orange an oh Turbo Sapphire kommt jetzt weg ist er oh, wird er das noch rechtzeitig schaffen? nein, wird er nicht zu spät so, komm schon, eins rüber schaff ich noch so, und dann muss ich mal angreifen, ne gelb steht noch also rangehe ich mal dann zu gelb rüber gleich, ne ach komm schon ein einziges Eis noch ja so 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 am I just 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 so 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 Ja, das war dumm. Zuckis muss weg. Wer ist denn jetzt runtergefallen? Oh, kacke. Der falsche. Na komm, Geil, das schaffst du noch. Achso, grün ist ja schon raus, ne? Kacke. Oh, kacke, Türkis bewacht zu sehen. Ja, stein. Ja, stein. Hm, schreibe ich jetzt oder schreibe ich jetzt nicht? Und ich bin eigentlich die ganze Zeit so ruhig. Fällt mir gerade ein. Äh, ich, ich nehme ja noch auf. Ich soll vielleicht mal sprechen. Und ich werde gleich untergeschossen. Wund. 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 Treffst ja nicht, treffst ja nicht. Hahaha. Dummkopf. Ne, ich bin dumm. Ich habe scheiße gebaut. Tacke, ich brauche neue Blöcke. Oh, ich brauche auch keine neuen Blöcke. Das hast du total gemacht. ke sorts. So, aber ich kann auch vor allem anders hören, haha. Ja, ja, da gibt's. Wie bin ich mir's vertigo, Information, ha, ha. So. Tacke. Ach, weiß was, warum ich von derm Insel jetzt erstmal in die Mitte. So. Ich hoffe, die Arschbratze kommt jetzt nicht. Tja. Sehr spät. Schaut mal sehen. Oh, das war knapp. Scheiße! Hehe. So, die Frage ist, kommt er jetzt oder kommt er jetzt nicht? Nope. So. Kacke. Jetzt kommt er wirklich her. Äh. Komm schon. Nein! So, jetzt kann ich erstmal ein paar Schläge einstecken. Nein! Nein! Nie. Nein! Ich habe die Karte geöffnet. Oh, hinter dir! Nein, Kacke. Ich wette, er kommt gleich runter. Oh, ist das ein Schnellchecker? Wir wollen ja hier... ... 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 Wer ist denn jetzt mit... Stanley! Ja, also, dann bis zum nächsten Mal. Ich muss mich jetzt noch mit Stanley unterhalten. Hi! Tschüss. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.